Kennen Sie noch Herr Müller? Ja genau, Herr Müller ist ein Hotelbetreiber, der durch den MOOC zum Suchmaschinenmarketing gelernt hat, wie man mit Google AdWords umgeht. Herr Müller hat mittlerweile einige Kapitel des Suchmaschinenmarketing MOOCs absolviert und freut sich, dass er seine erste eigene Google AdWords Kampagne entwickeln konnte. Nun stellt er aber fest, dass er noch nicht so recht einschätzen kann, wie er gute und schlechte Keywords voneinander unterscheidet, was beim Schreiben einer AdWords Textanzeige wichtig ist und was eine gute Landingpage ausmacht. Aber zum Glück gibt es auch hierzu ein Kapitel im Suchmaschinenmarketing MOOC von der Fachhochschule Lübeck mit Prof. Dr. Horster. Hier werden ihm genau diese Aspekte erläutert. Herr Müller ist begeistert. Starten auch Sie gleich jetzt mit dem MOOC Suchmaschinenmarketing und machen Sie sich fit für die Werbung im Internet.